Hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal Testspüren mit MC Marcella, auch genannten Miguel. Was? Also Al Primo zu sein ist ganz cool. Und hier gibt es ein paar Mal unteren Testspüren. Ich mache es Gute! Ich denke こ competen worden, man. Ja. Kapper. Also wie ist es eigentlich so ein Baller zu sein? Oh wow. Oh wow. Lass mich in Ruhe. Jetzt komm ich gleich zu dir gehobst. Ich bin klapp. Nein, garantiert nicht. Wenn du schon so ein Kackskin nimmst. Juhu. Okay, Leute. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt. Abo, Like. Glocke aktiv da. Ja, alles das. Und noch eine Runde. Der Entfernseher geht in vier Minuten aus. In der Mitte. In der Mitte. Dafür. Das ist Karma. Karma ist nicht. üss. Mein Omn sind alle heute so schlecht. Ich schwör die waren schon noch besser. Fertig! Warum sind die alle so schlecht? Leute, wenn ihr auch mal Testspielt gegen mich oder gegen Regal machen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Kung Fu Panda. Was ist denn da? Eisterfilm. Kapper. Welcher Teil ist das? So cool ist das direkt schon. Ich verpiss mich jetzt. Mann, jetzt bist du auf einmal so gut. Wenn du jetzt gegen die verlierst, Alter. Hättest du gegen die verloren, ey. Das wär Karma gewesen. Karma destroyed you. So kann man viel besser zuschauen. Im Zuschauer-Modus, dann kann ich auch sehen, wo die Leute... Aha, da fallen grad zwei. Der eine Bot eins und Bot sieben. Der eine hat sieben. Bot eins hat sieben Stück und Bot sieben hat zwei Stück. Und jetzt hat er acht. Der ist vor dem Busch. Ja geh doch drauf. Holst du eh nichts. Hol ihn doch. Was hast du? Was hast du? Gut. Wie gesagt, sag ich jetzt schon voll von jedem Video. Schreib mir in die Kommentare, was ich noch für andere Spiele spielen soll. Ich glaub du Ehrenmann. Kapper. 4 Happy. Wie bist du als Cold? Ach so, das war Blutfilm. Ach so, das war Blutfilm. Ach so, das war Blutfilm. fängst du auf den Nazis. Jetzt ist es auf's zu legen. Du bist high-schalt. Lockst Und unten wird da alt. Dreckiger Ey du dreckiges Kind Man wüscht sich nach dem Toilettengang den Po ab Das war jetzt seine Strafe Seine Mami hat mich angerufen Und ich hab gesagt, ich spiele mit den Brothers Dann sollte ich ihm sagen, dass man nach dem Toilettengang den Arsch abwüscht Und das Klo wieder saubermacht Was? Nein nicht du, Jörg Seine Mami hat angerufen Meine Nase tut so weh weh Und wie ist so in der Mitte zu sein Als Shelley Komm doch hinter jetzt Hier In Mami Mauf Ey nicht wegrennen Das ist unfair Nicht weggehen Danke Ich geh jetzt auf Bull Und die Powerbombe Komm hier bei euch Oh fuck, da ist noch so ein anderes Kerlchen da Piss dich doch Bitte Warte Ich hab dich extra vorbereitet Ja Soll ich mich an so einem Teil hier verrecken lassen Mami Tapper mach ich nicht Warte Warte ich verlasse einmal Dann lass noch mal mit anderen Kleinen Kleinen Okay Runde breit Das ist jetzt letzte Runde Dann ist Video vorbei Für heute Nein Ah du Cold Alter Ich weiß Ich weiß Aber bei mir war gerade ein Cold Sieht immer so witzig aus Wenn du so ein Ich sag jetzt mal Gameplay von mir guckst Und dann ähm Bewegen sich da auf einmal so die Knüppel Diese Knüppel Diese Knüppel Diese Knüppel Ich bin in der Mitte und ich seh dich Ehrenmann Danke Danke dass sich mein Ulti auch trifft Ich hoff du wirst jetzt von Ich hoff du wirst jetzt von Das ist doch also zähl Die ganze Scheiße Ich bin immer verpiss In der Mitte Wo sind die anderen Pornostars Ah in der Mitte Hallo Bot1 Du Autist Okay ich mach keine Witz über Autisten Das ist assi Oh Dann komm jetzt her Bleib jetzt her Juckt mich nicht Digga Hat irgendwie ADS Autismus und Tourette Alles gleichzeitig Danke Danke Wie der die ganze Zeit rumzappelt Hast du verlassen? Oh Okay Leute das war's mit diesem Video heute Haut rein Bis zum nächsten Video Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal